Ladies and Gentlemen, Sie haben die Beweisaufnahme gehört. Ich gebe zu bedenken, dass das sicher kein heißblütiges Verbrechen aus Leidenschaft war. In diesem Revolver haben sechs Kugeln Platz, nicht acht. Was bedeutet, dass er den Revolver leer schoss und sich dann die Zeit nahm, ihn nachzuladen? Kraft des mir vom Bundesstaat Main verliehenen Amtes verurteile ich Sie zu zweimal lebenslänglicher Freiheitsstrafe. Je einmal für jedes Opfer. Das war's. Du kriegst lebenslänglich. Und das Leben nehmen sie dir auch. Ich glaube an zwei Dinge. An Disziplin. Elf dir! Und an die Bibel. Wir werden euch beides lehren. Andy kam 1947 ins Gefängnis von Shorshank. Wie geht's dir? Ich hab's nicht getan, falls du das meinst. Dann passt du fabelhaft hier rein. Ich muss zugeben, ich hab von Andy nicht viel gehalten, als ich ihn das erste Mal sah. Es war seine ruhige Art. Wie er ging und sprach, das war schon ungewöhnlich hier. Es gibt Orte auf dieser Welt, die nicht aus Stein sind. Dann gibt es etwas, das sie dir nicht nehmen können. Wovon sprichst du? Von Hoffnung. Ich werde dir was sagen, mein Freund. Hoffnung ist eine gefährliche Sache. Verkabte Freien, wir verspäten uns schon. Hoffnung kann einen Mann in den Wahnsinn tragen. Ich kann nur hoffen, dass du krank oder tot bist. Was anderes gilt nicht. Am besten, du vergisst das nie. Das fehlt in allen. Ich glaube, man kann das kurz auf einen Nenner bringen. Entscheide dich, ob du leben oder sterben willst. Entscheide dich, ob du leben oder sterben willst. Nur darum geht's. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!